Hey Freunde, Willkommen zum heutigen Test. Heute sind die Funke Scream Shots Small dran. Ja, wir haben hier auf jeden Fall Bombenrohre, zehn Stück mit Pfeifaufstieg und Knall von Funke. Preislich habe ich 5 Euro bezahlt, das Paket. NEM haben wir hier 67 Gramm, ja, ist wie gesagt ein F2 Artikel, stinknormale Bombenrohre mit Pfeif und wir gehen dann gleich mal raus und schauen uns mal an, was die Scream Shots Small von Funke so drauf haben. Also bis gleich draußen zur Zündung. Ja, hier haben wir einen Ausschnitt der Fleswing Samba von Brückhoff und wir machen hier jetzt gleich weiter mit dem versprochenen Scream Shots. Der Tritt ist reingebrannt, aber der wollte nicht, da haben wir Pech gehabt. So, machen wir nochmal ein Mal Einzel. So, ganz gut die Teile. Aber auch nur durch den Pfeifton natürlich. So, ich finde sie nicht schlecht. Hauen wir mal die Teile, da muss man erstmal eins ehrlich sagen. Also ich wollte es auf jeden Fall kaufen und da lässt sie für euch. So, ich freue mich. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.